Ich habe eine Waffe, blalalalalala, ich bin doof. Welche denn? Äh, 1 und 2 habe ich. 1 und 2? Das brauche ich dir. Mit 1 kommst du locker hin. 3 habe ich auch. Hast du Hitman schon geschafft? Hitman? Nö. Dann hast du auch nicht 1. Ich weiß. Wie mache ich den Kack jetzt? Ich nehme 3, glaube ich. Für den billigen Sprung in der Welt. Nämlich 3. Ich habe nur 2, was? Wieso habe ich nur 2? Tja, Airman ist 2. Aber was kannst du trotzdem schaffen? Gut. Bei Flashman kriegst du 3. Kann sein, dass in ganz anderen Welten jetzt auch keine Energietanks sind, irgendwie. Ich sehe nämlich gerade keinen mehr. Das ist so kacke. Wie soll ich das denn jetzt machen? Oh Gott, ich bin bei Wubbleman. Ich habe es, glaube ich, verkackt. Oh Gott, ich bin bei Wubbleman. Ich glaube, ein Metal Blade ist effektiv gegen ihn, oder? Hä? Wubble? Weiß jetzt gar nicht. Ich habe es nicht ausgetöpst. Ey, das ist so kacke. Dass man so rückt nach hinten fällt. Das ist doof. Moment. Okay, Wubbleman ist besicht. Ey, das ist so kacke. Ich kriege es nicht hin. Was denn, Madman? Ja. Wieder vom Energietank wegzukommen. No. Ich kann nicht wegkommen. Ich bin abhängig. Ja, ich habe es geschafft. Gut. Wubbleman endlich geschafft. Ach du kacke, die ziehen ja mal viel ab, Alter. Jetzt fehlen ja noch drei Stück. Heatman, Woodman und Quickman. Wen soll ich machen? Ähm. Heat. Nein. Ich nehme Wood. Heat habe ich gerade schon versucht. Achso. War blöd genug. Ja, aber die anderen sind auch blöd. Ja, hier Wubbleman habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, dann tut er. Ist grün. Ja. Ja. Danke. Energie. Okay, sieht schon mal blöd aus. Jetzt kommt der Baller oder der Ross. Okay, ich bin schon mal einmal gestorben. Okay, jetzt sterbe ich nochmal, dann habe ich ein Game Over. Oder? Ja. Metal ist ja mal derbst einfach. Was? Ja, Metal ist einfach. Stage. Ja, nein, der Boss. Ja. Im Vergleich zu den Levels sind die ganzen Bosser einfach. Muss man ja mal sagen. Außer vielleicht Quickman. Ich habe Flash, da kann ich das anhalten, die Zeit dann. Ey, ich bin tot, es ist, oh, ich bin doch nicht tot. Oh mein Gott, ein Lebenspunkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the heck? You gained the almighty Metal. Metal Blade. Yeah, das sehe ich allmächtig. Aber was ich nicht verstehe, wenn es ja eigentlich Dr. Wileys Roboter sind, warum kann der dann, äh, er ist nicht einfach die Dinge geben? Weil er blöd ist. Ja, ergibt Sinn. Keine Ahnung, das muss halt keinen Sinn machen. Okay, dann mache ich jetzt Quickman, damit das schön aussieht. Warum das denn? Du hast kein Flash, das ist... Ach ja, du machst einfach mit Safe Stails, ne? Ja. Ach, jetzt kommen die Hunde, na toll. Dog. Aber für die Hunde halte ich einfach die Zeit an. Dann kommen die nicht. Oh, geil. Ganz einfach. Und keine Hunde, yay. Die Hunde sind kacke. Ja, und bei mir kommen sie halt nicht. Oh. Von drei Hunden weggelegt, oder wie auch immer. Oh, fuck. Diese Stelle ist so kacke. Okay. Ah, ich hab's geschafft, gut. Nein, ich hab's, hab ich verkackt. Ich hab verkackt, glaube ich, oder? Echt? Herzlichen Glückwunsch. Nein, ich hab's nicht verkackt, oh mein Gott. Altern. Der Roboter da unten, ja. Aber jetzt kommen Affen, na toll, ich hasse Affen. Oh mein Gott, Energietank und Leben, oh mein Gott. Hampel. Alter, Affe. Ich hab zwei Energietanks, oh mein Gott. Wer hast denn keine Affen, bitte? Ich. Magst du Affen? Oh mein Gott. Megamännig, die sind kacke. Ja, genau. Nein, es geht Licht aus. Ich muss mal... Ach, das gibt's auch noch, Licht aus. Ja, ha, 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 ha. Bei Quickman. Ne, Quatsch. Bei Quickman. Kacke mal. Aber das Licht ist jetzt blau. Das ist so cool. Alter, nein. Bei Woodman, man fällt irgendwie fünf Screens hoch und die muss man dann nochmal hochklettern und nochmal runtergehen. Sehe ich gerade. Fünf Screens hoch? Man erst mal... Ja, nee, danach muss man halt hochklettern. Auf Leitern. Und nebenbei greifen dich Fledermäuser an. Ach, du Kacke. Hab ich verkackt? Komm schon, sag's mir. Ich hab's verkackt, ne? Ja. Äh. Ist doch lieber. Wo ist das Gehen? Da war ich ja noch nicht. Das ist so... Das ist so derbst. Ach, fuck, genau. Man fällt genau auf so einen Bunny rauf. Super. Ah, jetzt kommt die Hühnchen. Hühnchen. Oh Gott. Na, ist ja nicht so schwer eigentlich. Äh, und das Hühnchen ist verbackt. Egal. Ich bin so... Ich hab zwei Energie und bin bei Rotman. Wenn ich mich nach rechts drehe, dann sterb ich. Warum sterb ich dann? Frag mich nicht. Ja, ich weiß auch. Ich bin bei Rotman. Aber ich hab noch zwei Energie. Aber noch zwei Leben. Das ist so bumms. Was ergibt das für einen Sinn? Das ergibt keinen Sinn. Keinen. Gucken, wie weit ich Rotman schaffe mit nur zwei Energie. Das ist doch nicht wahr. Und ich hab Rot... Das ist so unfair. Ich mach gleich auch mal Quickman. Gott. Du bist so bumms, dieses Stage. Rotman, stirb. Er wird leiden. Ich zersäge ihn. Komm. Nein. Egal. Jetzt kommt der Bums, alles. Jetzt kommt der Bums, das... Und, Rotman ist besicht. Gut. Gut gemacht, meint noch der Juni. Danke. Mein Meister. Komm schon. Du geese. Oh, meihti. Lieb. Loch verpasst. Tja. So, diesmal. Jetzt mach ich auch mal Quickman. Gucken wir uns den Scheiß an.